Dann interviewen wir euch jetzt einfach alle. Fünf? Fünf, oh mein Gott. Ich frage jetzt erstmal für alle, kann ja sein, dass irgendwer nicht genau weiß. Also ganz offensichtlich ist das hier Link aus Zelda. Du bist ein Raving Rabbit, irgendein bestimmtes? Nein. Einfach nur so. Und was bist du? Ich bin eine Witch aus Left 4 Dead 2. Vor allem deine Augen, das ist ja Wahnsinn. Tun die weh die Kontaktlinsen oder geht das? Nur beim Reintun, sonst eigentlich nicht. Krass, sieht echt cool aus. Und du bist? Figur aus Fire Emblem. Ah, okay. Und du? Auch Royals Fire Emblem. Ah, okay. Ist das auch euer Lieblingsspiel? Ja. Was sind so die Highlights bisher gewesen für dich hier auf der Messe? Also auf der Messe auf jeden Fall deinen Tendus. Das war jetzt sehr erwachsen, ja. Live. Auf jeden Fall der Nintendo-Stand, weil es dort halt auch viele Dinge gab. Und da ich ja auch linke Cosplay, jetzt Cosplay, hat mich da halt der Nintendo-Stand auch sehr interessiert. Und auch wenn es seltsam klingt, da stand der USK, weil die dort ein sehr interessantes Videospiel-Quiz hatten, wo ich dann zusammen mit meinen beiden Freunden erstmal ein paar T-Shirts gewonnen habe. Ah, cool. Sind das denn noch schöne T-Shirts? Magst du mal zeigen? Ja, wenn ich sie jetzt liebe. Schon eine ganz schön große Goodie-Tasche angesammelt hier. Ah, okay. Du bist offiziell FSK 0. Ah, dass es dabei kommt, das mit dem Handheld. Ich hab die schon gesehen, die T-Shirts. Ja. Cool. Und was wird man da so gefragt bei dem Quiz? Eigentlich alles Mögliche zu Videospielen. Zum Beispiel, da wird dann ein Bild von einem Charakter gezeigt und man soll dann den Namen dieses Charakters nennen. Und halt auch ein paar Sachen zu USK. Genau. Also auch wenn der Stand langweilig klingt, der macht Spaß. Ja. Cool. Ja, dann vielen Dank für das Interview und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß hier.